ja hallo und willkommen zurück zu star wars fallen order ja im letzten video habe ich ja hier meine meditation durchgeführt mit einem upgrade jetzt geht es da weiter in die höhlen in die höhle hinein ich bin gespannt was mich erwartet ich bin gespannt was jetzt kommt ich bin gespannt ob das laserschwert denn hier wieder funktioniert die ohne laserschwert ist eben nur ein halber ja soviel erstmal dazu zu meinem kanal lasst einfach mal ein abo da setzt macht aktiviert die glocke liken und teilen geht natürlich auch ja aber über ein abo und über die glocke würde ich mich freuen so dann geht es mal weiter schauen wir mal was mich erwartet was ich machen muss und ist da wasser da ist wasser rein da so ja tauchen können wir ja auch jetzt habe ich vergessen wie man ja das ist wenn man ein bisschen pause gemacht hat dann ist das so ein bisschen cool dass man der vulkan sieht der hammer aus die heißen quellen hier wo will er denn scannen ja da ja ach auch 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 ist auch ja ich ja was meinst du denn da endlich ja 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 jeder pfad ist anders jüngling hüte dich vor deiner wut ok und jetzt ach ich bin verkehrt abgebogen ich hätte weiter gerade auch schon müssen ok viereck abtauchen mit kreuz auftauchen ok ok guck mal ja 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 Okay. Oh. Wow. Echt knapp. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Was will ich denn untersuchen? Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht das nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Ja gut. Wir haben immer noch keinen. Kann also hier auch nichts irgendwie machen. So. Und nun? Also da könnte ich jetzt dann wieder hochklattern, damit ich denn hier wieder runterrutschen kann, oder was? Ach, wie süß. Gut, dazu müsste man da auch erstmal rüberkommen. Alles klar. Also, den gehen wir doch dann lieber hier lang. Was ist hier? Ja. Ja, okay. Hä? Verdammt. Ja, okay. Ja, hier könnte ich ja dann auch rein, aber ja. Dazu müsste man ein Laserschwert haben. Alles ein bisschen gerade doof. Okay. 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 Ja, Junge. Oh, ey, Mann. Ja. Wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Thriller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Grease und ich besuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ja. Sehen wir es uns an. Das ist er. Ich sehe sein Licht. Ich sehe sein Licht. Ach. Sehr gut. Ach, tauchen. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher. Bitte! Äh, hallo? Ich verspreche es. Vertraue mir. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Nein, nein, nein. Nein! 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 Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist gut. Es ist gut. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. geht es nicht. Es ist nicht mehr. Es wird das Ende. Es wird das Ende der Icai Jahre verfolgen. Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Juhu. Juhu. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Juhu. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's ne Chance. Es gibt immer ne Chance. Komm schon. Naja. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Ich weiß nicht. Die Farbe sieht ja schon geil aus, ne? Weiß ich nicht. Das ist sowas, sowas einzigartiges finde ich. Diese Farbe grün, gut blau, ja. rosa weiß ich nicht. Nö. Ich nehm hier. Da. Die nehm ich. Was? Wie bist du? Was? 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 Das war's. Na dann. L1 und Viereck, okay. Ja, lass mal anpassen. So, sind wir hier ja auch schon mal hingefladert. Jetzt können wir hier auch ein bisschen rumfummeln. Ach, jetzt kann ich auch die ganzen Farben auswählen. Ach, wie geil ist das denn? Ja gut, ich hab mich ja für die Farbe entschieden. Und dann kann ich das auch. Okay. Was? Was? Serie Juda? Boah. In rot. Hammer. Geil. Jo. Das muss was Außergewöhnliches sein. Das muss mal was anderes sein. Weil die anderen Schnuddeldinger, die können wir nicht immer nehmen. So. Cool. Ja, gut. Dann haben wir ja wieder unser Sword. So. Jetzt sind zwar die Gegner alle wieder respawned, aber das ist ja egal. Achso. Und hier unseren... Ponto-Krams hier. Aber da haben wir auch gar nichts Neues, ne? Ja, die... die reizen mich mehr. Das sieht so normal aus. Rot. Okay. Hm. Äh. Mantis? Äh. 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 Geil. Oh ja. Ich nehme den Black Panther. Yeah. Dann ist es. So. Ich denke, es geht jetzt wieder... ...zurück zum Raumschiff. Was? Hä? Ein Einringling! Komm und kämpf mit uns! Hatsamer Treffer! Greife das Ziel an! Greif ihn schnell an! Jelly ist unterwegs! Er weicht aus! Ja, geil. Oh, ist das geil. Ich wusste, dass es so enden würde. Holen wir ihn uns. Was macht er da? Zu viel gegen den Jedi. König, kämpfen wir uns. Ich hab ihn getroffen. Das ist so geil. Violette Farbe von diesem Lichtschwert. Und rote, so das Metall. Das ist total geil. Das ist mein Ding, so verschiedenfarbig. Cool. Heftig, ey. Ey, das sieht natürlich jetzt auch geil aus, ne? Hammer. Cool. Okay, aber ich denk mal, es geht ja hier oben wohl rein. Oh Gott. I have to go ahead. Hey, this is mine. Okay, the trash. Gonna gotten to you很好, dude. What? Okay. Da muss ich alle wetten erzählen. Ja, Junge, ausweichen! Die ist nicht mehr lange verschlossen. Sia, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein, ich wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kalberkristalle ab. Captain, bereit machen zum Start. So. Perfekt. Ja, ich muss den mal im Speichern. Und dann muss ich hier leider unterbrechen. Gut. Gut, dann soll das gewesen sein von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen, nächsten Video. Bis denn, bleibt gesund. Ciao, ciao!